Ich bin Frau Lippert-Schwiers, ich arbeite für die Carsten Pilke Personalmanagement GmbH in Norderstedt. Wir machen Personaldienstleistung von A bis Z, wir vermitteln in Festanstellungen Fach- und Führungskräfte, wir bieten Karriereberatung und Coaching an und wir helfen allen Unternehmen, die Mitarbeiter zu finden, die wirklich gut zu ihnen passen. Unser Spezialgebiet ist die absolut individuelle persönliche Betreuung. Wir nehmen uns ganz viel Zeit, wir überarbeiten die Unterlagen der Bewerber, wir trainieren, wir üben mit den Bewerbern Gespräche, Selbstpräsentationen, wir stellen sie im Markt vor und wir versuchen den Unternehmen vor allen Dingen so dicht wie möglich an ihre Bedürfnisse und Wünsche heran, Kandidaten vorzustellen, mit denen sie dann auch wirklich glücklich sind. Also wir suchen lange und intensiv. Weil wir einen über 17 Jahre aufgebautes, sehr gut funktionierendes Netzwerk haben im gesamten norddeutschen Raum, Metropolregion Hamburg und weil wir mit sehr viel Herz und Engagement unseren Beruf ausüben und vielleicht unterscheidet uns das von anderen Anbietern.